Die elektrischen Gartenscheren Volpi PV 280 bieten eine Kombination aus Effizienz und Praktikabilität. Mit einem Gewicht von nur 900 Gramm sind diese Scheren ideal für diejenigen, die keine professionelle Nutzung suchen. Die austauschbaren 14,4 Volt 2,0 Ampere Lithium Batterien bieten unübertroffene Mobilität und Benutzerkomfort, wodurch die Unannehmlichkeiten bei der Verwendung von Kabeln oder Rucksäcken beseitigt werden. Die Integration der Batterien in die Basis des Werkzeugs gewährleistet einfaches Einsetzen und kontinuierliches Arbeiten, auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen. Die Leistung der Volpi PV 280 kann sowohl trockene als auch frische Äste schneiden. Intelligente Funktionen wie die Schnellabschaltung und der Standby-Modus tragen zu einer höheren Energieeffizienz bei. Die Stahlklingen sind vielseitig für verschiedene Arten des Beschneidens, während die leicht austauschbare, teflonbeschichtete bewegliche Klinge die Bequemlichkeit und Langlebigkeit des Werkzeugs erhöht. Der 150 Watt Bürstenlosmotor sorgt nicht nur für konstante Leistung, sondern trägt auch zur außergewöhnlichen Geräuscharmut des Werkzeugs bei. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 2 Stunden und Ladezeiten, die zwischen 2 und 3 Stunden variieren, garantieren diese Scheren eine anhaltende Effizienz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017